so da sind wir und weiter geht es mit der nächsten runde emergency und zwar freue ich mich schon auf die nächste schicht drauf denn es wird uns empfohlen wir level 21 zu machen und wir machen jetzt mal level 22 einfach sonniges wetter ein level über uns vielleicht ein bisschen herausfordernder und wir legen los einzelspieler so das ist jetzt unsere schicht ja ich sehe schon ein bisschen mehr polizeieinsatz das meiste sogar schlägerei vor dem club klicke hier was um die startposition der kamera festzulegen da traue ich mich gar nicht da kriege ich gar nicht drauf ich ignoriere das jetzt einfach mal schwierig ist gerade das chaos steigt schneller an krieger verletzte personen generieren mehr chaos brände verbreiten sich schneller aus erhöhte elektrische schaden erhöhte negative einwirkung durch schaulustige eingesperrte verletzte personen verlieren schneller leben ok transport fähige verletzte personen generieren haus hitze erhöhter schaden durch feuer das ist ja nur negativ ne ich weiß nicht ob wir sowas machen sollen schaden durch kriminelle ist erhöht ok wir machen das jetzt einfach mal wieso geht das nicht hab ich da was geöffnet hier ne hä was hab ich denn da gedrückt kann doch nix machen was ist das denn das ist dieser chat oder was ne aber ich will kein chat warum ist denn so ein chatfenster auf ich hab doch nix gedrückt irgendwie geht das hier nicht ich hab's kaputt gemacht ach jetzt geht das mit bereits warte wir suchen jetzt erstmal die karten aus warte mal warte mal so es ist viel kriminalität unterwegs ein bisschen technik wir nehmen trotzdem hier erstmal die feuerwehr geschichte und wir haben halt nur diese karten ok jetzt geht das jetzt geht das alter ok was brauchen wir polizei wie ich sehe polizei erstmal ich glaube wir brauchen ein bisschen mehr polizei die kämpfen da ordentlich alle aussteigen und alle da drauf wieso ist da keine ach so die muss ich erstmal einzeln alle früher konntest du die alle markieren und dann sind die alle gleichzeitig ausgestiegen ok ihr müsst auch da runter helfen und du gehst auch nochmal helfen und du auch bitte so das sieht doch ganz gut aus das geht doch schnell runter ok dann kannst du dich um die kümmern ist da noch mehr warte doch mal wir sind hier gar nicht fertig müssen die erstmal alle abführen da ist noch einer warte du kannst auch erstmal hier mitmachen so die werden alle abgeführt hier die kriminellen so ihr müsst noch die machen ok lagerhalle in brand alter hier geht es ab warte warte so zack ich kann hier ja nirgends vorhin stellen oder was da könnte ich von oben ne ok aber schon noch einen warte warte hier unten da unten da da kann noch einer hin ich spring mal kurz rüber so da kannst du weg und du weg aber die müssen erstmal einsteigen ja ich brech ins essen bereit angekommen bereit der muss da natürlich der muss da rein warte ich hab keine zeit für sowas ey da brennt hier alles weg warte ich muss das hier löschen die müssen aussteigen und die müssen auch hier löschen auf jeden fall löschen uh wir brauchen viel mehr echt wir brauchen viel mehr so die können auch hier löschen und wir brauchen viel mehr so die schicke ich auch erstmal weg hier so sagt hier alle drin alle weg wir brauchen die freien slots ok von allen seiten wieso löscht ihr hier nicht bereit bestätige ein einsatz wurde abgeschlossen verstanden verstanden auftrag ausgeführt ok das ist fast weg da kannst du auch noch mithelfen du kannst aber auch da irgendwie mithelfen das sind voll die verletzten leute echt verstanden oh alter wie soll ich das denn machen wie komme ich da eigentlich rein aber von hier oben kommen die rein ok sind da noch welche eingesperrt oder was ich sollte alle löschen ja wieso löschen die nicht und da brauchen wir einen techniker ist das so so ein ingenieur ich glaube schon ne auf jeden fall ingenieur wieso hören die mal auf zu löschen wir brauchen auch noch notärzte und sowas ne auf jeden fall auf jeden fall notärzte unterwegs zum einsatz der techniker macht das dann wir brauchen noch einen zweiten techniker eigentlich windwechsel in richtung nord ja ist klar wie soll ich das denn alles machen erwarte anweisungen erwarte anweisungen erwarte anweisungen erwarte anweisungen ich glaube wir brauchen einen zweiten ingenieur ja der schafft das nicht er schafft das nicht jetzt müssen wir einen abziehen wenn sollen wir den abziehen so machen die nix wieso machen die nix bestätige auftrag ausgeführt ich muss einen wegschicken boah noch einen zweiten ingenieur weil sonst wird das hier nix komm gib mir den slot frei auftrag ausgeführt alter jetzt muss ich so lange auf diesen scheiß slot warten ach das wird doch alles hier gar nix echt äh noch einen ingenieur haben wir gesagt ne unterwegs zum einsatzort ok der heilt sich wenigstens selber ne das ist schon mal gut der eine ingenieur wieso löschen die hier nicht verstanden bereit verstanden zielort erreicht oh weia ey der ingenieur muss dahin wird gemacht du kannst dich nochmal ein bisschen heilen bereit und dann geht er zu zweit dahin und macht das jetzt da so du kümmerst dich mal um die person und hier löscht weiter bitte verstanden bereit bestätige nehme schaden ihr müsst jetzt da durch haltet durch betrete gefahrenbereich wieso kommen die hier hin die sollen doch dann löschen wird gemacht das geht mir echt am sack wenn die hier aufhören zu löschen höre bestätige ne du machst das nehme schaden nehme schaden erwarte anweisungen geh mal weg da aus dem bereich und du sollst einfach hier löschen wird gemacht oh man ist das ein krampf äh ach die gehen da jetzt rein ne okay das ist ja noch mehr verletzte okay die ingenieure die haben das jetzt erstmal gemacht ne bereit ok steige ein die müssen jetzt erstmal weg damit wir hier so Plätze frei haben ne das ist echt bisschen doof ich steh mir hier doch alle weg hier boah boah das sind zu viele verletzte alter das nie im leben schaffst du das so die können erstmal alle weg hier erwarte anweisung kehre zur Basis zurück so da haben wir eine schwer verletzte person oh war ja echt so so die brände guck mal die stehen da rum echt das gibts nicht verstanden zielort erreicht zielort erreicht und ihr könnt auch da löschen bestät verstanden ich brauche krankenwagen hier ohne ende ohne ende krankenwagen wir sind unterwegs das ist echt ein hartnäckiges feuer ne echt so raus raus verstanden höre du nimmst den du kannst dich erstmal um den was hat er gerade gesagt nein meine feuerwärme nein wieso sind die jetzt verbrannt hohes chaos 90 prozent alter ich hab's verloren ich hab's verkackt 92 prozent auftrag ausgeführt ok das ist echt ja meine ok ich hab keine chance erwarte anweise verstetiger ich hab keine chance echt was 94 prozent alter ja meine einsatzkräfte wieso die stehen da nur rum ne das ist feuer und die stehen da einfach nur rum kehre zur basis höre kehre zur basis zurück jetzt muss ich die zwei wegschicken die kann erstmal den hier machen windwechsel in richtung ost ja ist klar bereit verstanden ja ich hab's verkackt kritischer chaos wird erreicht ja ist mir doch egal was soll ich denn machen hier wenn die mir weg sterben hier das rote sollst du doch löschen ganz übel aktion wir brauchen ja noch mehr feuer äh ne krankenwagen sind unterwegs unterwegs zum einsatzort auftrag ausgeführt so da kannst du dich um den nächsten schwer verletzten kümmern ist das übel ich krieg das feuer da nicht unter kontrolle zielort erreicht so alle aussteigen bereit höre kannst du den nehmen erwarte anweisungen und du den hier ne ja das sei heute ja ewig bis die jetzt wieder weg fahren und wieder die neuen kommen das feuer geht hier eigentlich nicht aus auftrag ausgeführt ja auftrag ausgeführt ich kann auch nichts dafür das feuer geht nicht aus auftrag ausgeführt ich kann nichts dafür so sind sie weg die können weg und die können auch erstmal weg ja das dauert alles das dauert alles meine kräfte sind da auch verletzt und er hat alles irgendwie keinen Sinn echt der löscht einfach nicht mehr verstanden wird gemacht ganz üble aktion echt ganz übel gelaufen ok hier ist noch 1 2 3 personen zum weg transportieren und da plus noch die 2 meine kräfte ich hoffe ich brauche noch so 5 andere Slots noch unterwegs zum einsatzort sind unterwegs tja bis die kommen alter das dauert hier ewigkeiten ah 2 minuten ist eh vorbei ok alles klar das schaffe ich eh nicht ziel aufgereiht bereit erwarte erwarte anweis höre auftrag aus verstanden bereit so kannst du noch weg machen Notarzt brauchen wir jetzt glaube ich nicht ne aber da ist feuer wenn ich jetzt mal Notarzt teilen schicke dann ist der auch platz oh ist das übel kehre zum Fahrzeug zurück auftrag ausgeführt ok du gehst jetzt auch weg ja da kommt der nächste Einsatz pfff auftrag ausgeführt krass dass das so schwer ist echt das ist ja nicht zu schaffen mit 5 Slots wie willst du das alles schaffen das brennt hier alles lichterloh und der steht da rum alter echt verstanden ja der steht da einfach rum ich hab da keine Kräfte mehr patient wird abtransportiert erwarte anweisungen bestätige Fahrziel nehme Schaden nehme Schaden das explodiert hier alles und das brennt weiter alter was erwarte an das hier löschen wieso sind meine Kräfte denn abgekackt echt Guck mal die sind in diesen Radios wo die da Schaden nehmen und ich kann die jetzt nicht behandeln erwarte anweisungen Zielort erreicht bereit da kannst du wenigstens den abtransportieren jetzt brennt die Halle wieder alter was ist das denn nein im Gefahrenbereich ist das alles übel echt nehme Schaden ich brauche noch mindestens zwei Feuerwehrautos die hier mit löschen Auftrag ausgeführt ganz übel Aktion ganz ganz übel und der nächste Auftrag der läuft auch noch wie soll ich den denn machen wenn ich keine Slots habe wie soll das denn gehen Hä Tja keine Chance würde ich sagen keine Chance hier irgendwas zu weisen äh Feuer das kannst du auch weg machen sind eh nur Zielsekunden und dann ist das eh vorbei oder ja du brauchst so viele kräftige also das ist so übel schwer wie willst du das denn machen eine deiner Einheiten ist handlungsunfähig ja so fehlschlag öhh fehlschlag wie willst du das denn machen mit fünf Slots das ist unmöglich unmöglich seitdem du kaufst ja bestimmt wieder diese komischen recalls und kannst dich da voll pumpen aber so ist das doch nicht zu schaffen und dann kommt noch der nächste kaufen ich weiß es echt nicht okay alles klar haben wir das auch mal gesehen einen fehlschlag der erste fehlschlag sehr cool na gut okay wir machen pause ich sage danke und bis dann